Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich habe gerade die Info bekommen, dass jetzt das komplette Team of the Year ziehbar ist in den Packs und zwar bis Sonntagabend 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal die Chance haben wollt, die Kollegen aus den Packs zu ziehen, dann ist jetzt die Gelegenheit. Und es gibt auch noch unendlich Premium Gold Jumbo Sets. Es gibt zwei Gold Rare Sets pro Spieler und ein Jumbo seltenes Spieler Set pro Account. Also da könnt ihr nochmal richtig Kohle raushauen jetzt, um da einzuziehen. Die Chancen sind natürlich eher klein, aber wenn ihr eh ziehen wollt, dann ist jetzt die Gelegenheit. Ja Freunde, das war es von mir. Ich sage Tschüss und bis bald.